Ach, oh. Oh, ein Büffel! Ein Büffel, bleib bloß stehen, du. Das ist ein Büffel. Die können unberechenbar sein, da musst du aufpassen. Ne, das ist zwar weiblich, aber trotzdem... Das ist ja geil. Guck mal, die gehen wie sie wollen, ich glaube es nicht, ich glaube es nicht, das ist ja sowas so geil. Ach, ist das scharf. Ich finde das nicht so gut. Scheiß Viecher hier. Na, dann fahren wir ganz langsam weiter. Ja, wir können ja... Ganz langsam, wenn die merken, dass du nicht ausweichst, dann gehen die schon aus dem Weg. Das heißt zwar immer dumme Kuh, aber so dumm sind die gar nicht. Die denken jetzt, dummer Mensch, lässt sich von uns beeinflussen? Na, fahr los, sonst überlegt die sich's. Ach du Scheiße. Hätte man doch mal links ausweichen sollen. Guck mal, da kommt noch ein Büffel. Ja, da kommt eine ganze Herde hier. Oh ne, das ist doch Scheiße. Die sind aber durch jetzt. Manometer. Jetzt reg dich doch. Du hast keine Lust, hier bis 10 zu stehen. Drecksviecher. Ach, dann, das ist eine herrlich schöne deutsche Reaktion. Finde ich gut. Ja, ich nicht. Also das, ja. Wenn wir hier was bezahlen müssen, durch diese Scheißviecher. Mann, oh Mann, oh Mann, macht er, beeilt euch mal. Scheiße. Hahaha. Hahaha.